Hallo, heute zeige ich euch, wie der Vorwärmständer funktioniert. Man kann ihn sowohl in der Neigung verstellen, ebenso die Entfernung zum Brenner und die Höhe. So kann man ihn genau passend auf seinen Brenner einstellen. Dann kann man die Glasstäbe einlegen und mit Hilfe dieses Ständes spart man sich das Erwärmen der einzelnen Glasstäbe. Man positioniert ihn passend zur Flamme. Die Stäbe, die dann benötigt werden, kann man etwas vorschieben, sodass sie schon erwärmt werden. Dann kann man direkt mit der Arbeit in der Flamme beginnen. Zu kaufen gibt es den Ständer bei www.perlenpresse.de. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank.